Wir finden ihre Lösung, also wir setzen uns wirklich mit dem Kunden auseinander. Wir versuchen da, oder wir machen es dann auch, dass wir die optimale Lösung dann finden und den Kunden begleiten im Entwicklungsprozess von der Software. Also für uns ist weniger so die Aufgabenstellung, hier fertiges Lastenpflichtenheft und dann einfach nur runterprogrammieren, sondern wir schauen, dass wir dann noch einen Schritt vorher einsteigen und dem Kunden auch unseren Input, unsere Erfahrungen dann mitgeben, wie er ein Trade vielleicht noch besser gestalten kann. Bis zum nächsten Mal.